Hallo an alle. Die heutige Übung heißt Knöchel, Hüfter, Schulter. Die Anfangsposition, linker Fuß flach am Boden, linkes Knie, 90 Grad Winkel, rechtes Knie am Boden, mit dem rechten Fuß auf dem Fußball. Die Arme locker am Körper hängen lassen, Oberkörper leicht nach vorne neigen, die Hände am Hinterkopf bringen, mit der Handfläche nach vorne gerichtet. Dann den Oberkörper nach links drehen, kurz halten und wieder zurück. Kurz halten und wieder zurück. Bitte fünf Wiederholungen machen, dann die Seite wechseln und noch einmal fünf Wiederholungen. Das war die Übung. Knöchel, Hüfter, Schulter. Danke fürs Zuschauen. Nach vorne gerichtet, dann nach links drehen, Pause und wieder zurück. Hier, 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 bleib. Bleib.